Jetzt ist das Rad endlich Basel-Ready. Jetzt geht's los und wir reparieren mein Rad und bauen es Basel-Ready um. Ich hoffe, das klappt so gut, wie ich es mir so hoffe. Es ist kein Wunder, dass der ganze Kram so knackt, wenn da so viel Dreck drauf ist. Bis zum nächsten Mal. Jetzt ist das Rad endlich Basel-Ready und ich habe noch ein paar Clips vom Snowboard fahren. Ich glaube, die schneide ich hier einfach mal als kleines Edit rein. Bis zum nächsten Mal. 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 If you wanna hate bitch, you know we Let's go! Also heute ist das Wetter deutlich besser und man kann auch gut fahren. Ich habe vom letzten Mal noch ein paar andere Clips, vielleicht schnöre ich die hier noch mal rein. Ich weiß es nicht, wie gut die sind. Mal gucken. Ich weiß es nicht, wie gut die sind. Ich weiß es nicht, wie gut die sind. Geil! Ah pizze Aaaaaaah Show Ich fühle mich, ob es mehr wird. Es wird auch nicht mehr. Da passiert gar nichts. Ich bin jetzt langsam. It's a go! Ich bin jetzt nicht mehr. Ja! Wir werden nach oben überlegen. Nein, aber... Ich habe wieder durchgebracht. So, jetzt der Mann an den Trail, mal gucken wie der ist, bin ich noch nie gefahren. Perfekt. Was ist los? Oh Gott, flech! also geil aber die landung sind ja mal so kurz passt doch nicht mal ein halbes rad drauf so zweites mal vielleicht läuft diesmal besser oh Let's go Ah no Scheiße Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Massiv gecaset, Junge